Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 8. April 2024, bei fast schon sommerlichen Temperaturen, die natürlich bereits den medialen Alarmismus in Gang gesetzt haben. Ich habe dieses Problem nicht so sehr. Ich freue mich jeweils, wenn es warm wird nach frostigeren Perioden. Wir hatten in der Schweiz interessanterweise in den höheren Lagen sehr viel Schnee in diesem Jahr, aber man kann ja gar nicht mehr über das Wetter reden, ohne nicht gleich in eine politische Diskussion verstrickt zu werden. Das ist sehr, sehr schade. Die Politik ist heute allgegenwärtig und als ehemaliger Politiker muss ich sagen, das ist eine Seuche. Das ist nicht gut. Ich plädiere für politikfreie Bereiche. Am Wochenende, das muss ich Ihnen noch berichten, hatten wir das wirklich fantastische Ski-Weekend der Weltwoche im Aroser Hotel Kulm. Das war umwerfend, sozusagen eine Kernfusion aus Winter- und Sommerferien. Schon ziemlich warme, hohe Temperaturen, aber immer noch Schnee. Man konnte fahren. Rund 100 Gäste der Weltwoche waren dabei von Freitag bis Sonntag und es gab so viele Höhepunkte. Die Höhepunkte waren natürlich die Gäste selber, ein sehr interessantes Publikum von Unternehmen, Medienschaffenden und auch Angestellten, Leuten aus allen Lebensbereichen, die da miteinander diskutiert haben. Wir hatten Gäste aus Deutschland, aus Österreich, sogar aus den Niederlanden sind sie gekommen. Also das war ganz fantastisch und mir haben einzelne Teilnehmer gesagt, sie hätten besonders geschätzt das Klima, der Offenheit, dass man hier einfach frei diskutieren könne. Ist ja bemerkenswert, dass einem so etwas heutzutage schon auffällt, aber das ist vielleicht etwas, was die Weltwoche auszeichnet, dass wir versuchen, auf engstem Raum die grösste Meinungsvielfalt zustande zu bringen. Und eben dieses Klima, diese Atmosphäre der Freiheit und Unbeschwertheit in den Debatten und Diskussionen, wobei es ging da nicht einfach nur um Politik. Wir hatten so viele unterschiedliche Facetten und Themen, die wir angesprochen haben. Und das absolute Highlight natürlich des Wochenendes war der Auftritt von Pepper Lienhardt mit seinem Orchester, der mittlerweile 78-jährige Bandleader von ungebrochener, fast Jugendlicher, nein, nicht fast, Jugendlicher, zum Teil von kindlicher Vitalität mit einer Urfreude, die da zum Explodieren kam auf der Bühne mit fantastischen Musikern. Wirklich ganz grosse Performance da mit einem Set von Hits aus der Zeit des Udo Jürgens, wo der Beppe natürlich lange mit ihm zusammengearbeitet hat. Dann aber auch viele andere Klassiker aus den Swing-Zeiten, aber auch ganz aktuelle Schlager und Hits da. Fantastisch, die Leute waren begeistert. Und das Flair hatte etwas vom klassischen Arosa. Und das Kulm war ja einst ein Tempel auch dieser Form von Entertainment. Und das versucht ja nun der Unternehmer Urs Wirtisbach mit seiner Frau Simon wieder zurückzubringen. Wird bald eine Renovation geben, so wie es aussieht, eine Erneuerung des Hotels. Und jetzt hatten wir eine wirklich wunderschöne Wochenendveranstaltung, die viel von dieser Zeit, dass man beim Wintersport noch mit Eleganz und schönen Abendkleidern auch aufgetreten ist, das war so ein Wochenende. Also vielen, vielen herzlichen Dank allen Beteiligten, auch den Angestellten vom Kul-Modell, die jetzt in den wohlverdienten Frühlingsurlaub gehen. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, auch an Urs und Simon Wirtisbach und natürlich auch an alle Teilnehmer, an Sie, die Sie gekommen sind. Wir werden uns bemühen, weitere Anlässe der Weltwoche zu machen. Das ist einfach begeistert. Das macht Freude. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Zu reden gibt nach wie vor das neue Stromgesetz. Dazu die neue Zürcher Zeitung heute mit einem Titelseitenartikel. Da ist eine Studie herausgekommen, dass der Ausbau der Erneuerbaren doch machbar sei. Eine Universität hat das herausgefunden. Natürlich ist das machbar. Selbstverständlich können wir das tun. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und der Anlass ist ja dieses neue Rahmengesetz, dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe, auch schon von seiner ganzen Entstehung her. Ich hatte immer den Verdacht, dass der heutige SVP-Bundesrat Albert Rösti das vorangetrieben hat, um hier einen galeriereifen Schulterschluss mit den Sozialdemokraten hinzukriegen. Allem vor allem mit Roger Nordmann, dem Fraktionschef, dass man gesagt hat, ja, wir bauen sogar die SVP-Energieträger, Wasserkraft, die bauen wir aus. Und im Gebenzug könnt ihr dann die Windräderzahl erhöhen und auch die Solarenergieträger da entsprechend forcieren. Das war der Ausgangspunkt und das Gesetz baut ja Volksrechte ab Einspruch- und Einspracherechte. Und das finde ich gefährlich. Vor allem finde ich es deshalb gefährlich, weil diese Windkraftanlagen, diese Windräder, das ist Landschaftsverschandelung, also wirklich vom Übelsten. Man kann das, auch wenn Sie nach Deutschland gehen, dann sehen Sie da wunderschöne Waldgebiete, die da einfach vollgestellt sind, verspargelt, wie die Deutschen früher gesagt haben, mit diesen gigantischen, mit diesen Ungetümen, die da gemacht werden und ja nur Strom liefern, wenn es windet. Und die Schweiz ist für das einfach nicht gemacht. Wir sind auch ein viel kleineres Land, wir haben gar nicht so viele Flächen und unsere Landschaft ist natürlich nicht nur für uns Schweizer, sondern auch international ein ganz grosser Trumpf, ist sozusagen ein Goldschatz auch unseres Landes. Das sollten wir nicht kaputt machen auf Grundlage einer Ideologie, die sich ja immer mehr als Ideologie entpuppt. Und diese Windräder, ich erinnere einfach daran, dass wir in der Schweiz ein Minarettverbot haben. Und damals haben die Stimmbürger gesagt, wir wollen nicht solche Türme, die im Grunde mit der Schweiz nichts zu tun haben. Und was sind denn Windräder? Das sind sozusagen die Minarete der Klimareligion, des Klimafanatismus. Und deshalb habe ich grosses Verständnis und wie Sie hier sehen, auch grosse Sympathie für jene Kreise, die da etwas kritisch sind. Ich plädiere einfach für weniger Ideologie und mehr Sachlichkeit. Gut, das ist jetzt etwas ein Klischee, aber ich versuche dem tatsächlich nachzuleben. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, die nukleare Energie wieder zu aktivieren. Vor allem auch dann, wenn wir den CO2-Ausstoss nach unten bringen wollen, für alle die, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Dann interessant, in Basel gewinnt der Mustafa Attici, der frühere SP-Nationalrat, aus der Türkei zugewandert, 1992 dann als Wirtschaftsstudent in der Schweiz Fuss gefasst, hat sich zum Kleinunternehmer hochgearbeitet, wie es da in den Medien heisst. Ich sage zum Unternehmer hochgearbeitet, hat im Nationalrat gewirkt und jetzt eben in Basel ist er da in die Regierung gekommen. An sich keine allzu grosse Überraschung, weil Basel ist ja ziemlich links, der Stadtkanton Basel ist sehr links ausgerichtet, etwas ähnlich wie Zürich. Aber es gab da doch die einen oder anderen Zwischentöne oder auch Misstöne. Man hatte das Gefühl, vielleicht ist er doch etwas zu fremdländisch da, der Mustafa Attici und auch sein Akzent ist immer noch zu hören. Nun, egal wie sie politisch zu diesem Mustafa Attici stehen, für mich sind das Erfolgsgeschichten. Erfreuliche Geschichten. Sie zeigen eben, dass trotz der kollektiven Anstrengung vieler Kreise in der Politik das Asyl- und Migrationsgeschehen komplett zum Entgleisen zu bringen, durch einfach eine Massenmigration, die auch für die Schweiz nicht mehr zu bewältigen ist, so zeigen eben doch solche Fälle, dass die dezentrale Schweiz mit ihrer bodenständigeren politischen Kultur, mit mehr Eigeninitiative auch von unten kommen. Das hat natürlich alles mit unserem Staatsaufbau zu tun, mit unseren Institutionen, die wir pflegen müssen, dass wir eben nicht da angedockt sind an die anonymen Entscheidungsgillotinen der Europäischen Union. Also eben in der Schweiz, die Migration auch besser gemanagt wird als in vielen anderen Ländern. Und Mustafa Attici ist sicherlich ein Beispiel für die gelungene Integrationskraft unseres Landes. Und er ist auch ein Beispiel dafür, dass das, was da immer wieder ausländische Journalisten oder Politiker heraustrompeten und herumprälaken, dass die Schweiz da so ein ausländerfeindliches Land ist. Das ist kompletter Unsinn. Natürlich gibt es Ausländerfeindlichkeit, auch in der Schweiz. Der Grund dafür ist diese falsche Migrationspolitik, die betrieben wird. Natürlich treiben diese Behörden mit ihrer Masslosigkeit, die andere auszubaden haben, Kritik nach oben. Und diese Kritik wird dann als Ausländerfeindlichkeit dann auch noch abqualifiziert. Also zuerst beschert man da der Bevölkerung alle möglichen Probleme. Und wenn sich die Bevölkerung beschwert, dann wird sie auch noch von oben beschimpft. Das haben wir ganz ausgeprägt. In Deutschland ist zum Teil auch in der Schweiz der Fall. Aber die Schweiz ist kein rassistisches, kein fremdenfeindliches Land. Das ist absurd, diese Behauptung von dem Hintergrund, dass wir ja sehr viele Ausländer in der Schweiz haben. Und erstaunlich gut, erstaunlich gut funktioniert das immer noch. Auch dann Berichte über einen Auftritt von Ueli Maurer an einem Symposium von Corona-Massnahmenkritikern. Die Neue Zürcher Zeitung hat das prominent aufgegriffen. Ich bilde mir ein, das hat auch damit zu tun, dass wir die Titelgeschichte haben mit dem Aufsatz von Ueli Maurer, der sich für eine Aufarbeitung des Corona-Kapitels ausspricht. Der aber gleichzeitig auch in unserem Artikel für die Versöhnung eintritt, für den Dialog. Dafür, dass man miteinander reden soll, aber auch offen miteinander reden soll. Und dass die Corona-Politik eben auch ein Ausfluss behördlicher Arroganz war. Und das muss man deshalb einer sehr minutiösen, vielleicht auch und vor allem auch parlamentarischen Durchleuchtung unterziehen. Und nun hat er sich öffentlich ähnlich geäussert. Er hat auch gesagt, man solle die beiden, diese WHO-Vorlagen, die solle man ablehnen, weil sie die nationale Eigenständigkeit im Seuchenmanagement beeinträchtigen. Und gerade diese Eigenständigkeit hat ja die Schweiz befähigt, vieles nicht so schlecht zu machen wie andere. Aus meiner Sicht damals immer noch zu schlecht. Und man hat sich da zu sehr davon treiben lassen. Aber, das darf man auch nicht wegleugnen, aufgrund dieser Vielfalt, aufgrund dieser Kritik, die da mutig eingebracht wurde, vor allem auch von jenen Kreisen, die auch auf den Strassen demonstriert haben, aber konnte die Regierung dann vielleicht auch nicht so durchregieren, wie sie es wollte. Aber Dialog und Versöhnung, das sind sicher keine schlechten Appelle des früheren Bundespräsidenten. Dann Wladimir Zelensky, der Präsident der Ukraine, gibt einen Alarm, einen Notruf ab. Er sagt, ohne die US-Hilfen werden wir diesen Krieg gegen Russland verlieren. Die Fakten auf dem Schlachtfeld sind zu eindeutig. Das ist auch nicht überraschend, meine Damen und Herren. Ich habe mich immer gewundert, dass da auch berufene Kriegskorrespondenten der Schweiz am Anfang dieses Einmarsches vollmundig geschrieben haben, die Russen werden da spätestens in einem Jahr abschleichen. Das sind fast schon diese Parolen, die man vor einigen Jahrzehnten gehört hat, aus den deutschen Landen, wo man vor Selbstüberschätzung nur so strotzte und dann über die eigene Arroganz, aber auch als Fürchterlichste dann in den Abgrund hineingestürzt ist. Und da muss man immer etwas vorsichtig sein, vor allem als Schweizer, wenn aus der Schweiz Jubelgesang erklingt, wie da die Russen kaputt gehen auf dem Schlachtfeld. Ich weiss nicht, ob wir Schweizer befugt sind und überhaupt uns vorstellen können, in welchen Zusammenhängen sich so ein Geschehen bewegt. Nun also, Selenskyj mit dem Aufruf, man möge ihn mehr unterstützen. Und ja, daraus geht meines Erachtens nur das hervor, wofür wir hier immer wieder plädieren, beziehungsweise wo wir die Stimmen nach vorne bringen, die eben für Verhandlungen eintreten. Gleichzeitig habe ich einen Aufsatz gelesen, eine Reportage, da hat ein Journalist den früheren Kanzler Gerhard Schröder getroffen, bei sich zu Hause, also bei Schröder zu Hause in Hannover. Und Schröder gibt sich da sehr selbstbewusst und gelassen im Gespräch und sagt, Putin seiner Auffassung nach wolle diesen Krieg beenden. Denn das sei der Grund, auch letztlich für das ganze Eskalationsgeschehen, die Beendigung eines Kriegs in der Ukraine. Und das ist das Tragische auch auf unserer Seite, dass wir das gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass es da ja seit 2014 einen Krieg gibt. Mit vielen Toten und vor allem auf russischsprachiger Seite. Viele Toten. Und davon haben ja immer die Exponenten des IKRK geredet, ohne dass man ihnen zugehört hat. Aber eben in solchen aufgekratzten, aufgeheizten, moralistischen Zeiten neigen manche, vor allem auch die Journalisten dazu, taubblind zu werden. Thierry Garel, der Starchirurg, kritisiert den luxuriösen Neubau des Kinderspitals von Zürich durch die Architekten Herzog Dömeron. Er sagt im Tagesanzeige, das sei unverantwortlich, was da gemacht wurde. Wir haben ja letzte Woche bereits uns ähnlich geäussert. Dann Bundesrat Ignacio Cassis hat einen Knatsch zu gewärtigen in seinem eigenen Aussendepartement bei der Direktion für Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit, wie es da neuerdings schönfärberisch heisst. Er ist auf Betreiben des Aussenministers, eine Vizepräsident, Vizedirektorin entfernt worden. Die Stellvertreterin der Chefin, Patricia Danzi, ist aber nicht freiwillig gegangen. Da musste man eine Entschädigung zahlen, das kostet 250'000 Franken, den Steuerzahler. Es ist einfach unglaublich, wie da in den staatlichen Gefildern gefuhrwerkt wird. Und sie haben natürlich solche Missstände auch in der Privatwirtschaft, selbstverständlich. Manchmal auch bei börsenkotierten Firmen, wo die Aktionäre wenig zu sagen haben. Das ist auch skandalös, diese goldenen Fallschirme. Aber beim Bund finde ich es besonders stossend, weil das sind öffentliche, in dem Sinn auch krisensichere Posten. Und die sollten entsprechend auch nicht mit eben vergolderten Fallschirmen gewissermassen belohnt werden. Wenn sie beim Staat arbeiten, dann haben sie vielleicht Ansehen. Sie haben mehr Sicherheit, mehr Garantie am Arbeitsplatz. Aber eben entsprechend sollten sie auch verzichten im finanziellen Bereich. Sonst erdrückt der Staat irgendwann auch als Arbeitgeber die Privatwirtschaft. Und wenn wir sehen, was heute die Durchschnittslöhne beim Staat sind, auch in der Schweiz, da gehen wir aber jetzt in Gefilde wie 120'000 Franken Durchschnittslohn pro Jahr hinein. Und das ist natürlich viel zu viel. Ja, dann die Schulen geben weiterhin zu reden, zu diskutieren. Keine Noten in den Schweizer Schulen, stattdessen Farbcodes. Das ist eine gute Sache, dass jetzt da langsam etwas Gegensteuer, Gegenwind kommt aus der medialen Landschaft. Ich finde das falsch. Ich habe das selber noch erlebt während meines Unterrichts. Die internationalen Nachrichten werde ich dann gleich nachlegen. Vielleicht noch etwas hier zu den Schulen nachgetragen. Interessant. Wir brauchen nicht mehr Lehrpersonen, sondern einen anderen Unterricht. Eine Heilpädagogin fordert heute im Tagesanzeiger eine Schulreform. Die Schulen seien zu Leistungsbremsen geworden. Im Kanton Basel-Biert, im Kanton Basel-Land, im Basel-Biert, möchte der Konzern Axpo, Stromkonzern, ein Gaskraftwerk bauen, weil es einfach nicht zu viel genug in der Energie gibt. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Und der Tagesanzeiger kritisiert noch, dass der Buchhändler Orel Füßli im Netz Anzeigen für ein Buch des Sexisten Andrew Tate schaltet. Ich nehme mal an, dass solche Schlagzeilen sogar auf verwinkelte und verworrene Art und Weise noch Werbung machen für so ein Buch. Obwohl das natürlich nicht in der Absicht der Autoren liegt. Übers Wochenende gab es übrigens noch mal eine Debatte über die Kontakte der SVP, der jungen SVP mit Rechtsextremen. Man versucht jetzt also in der Schweiz, in der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch im Tagesanzeiger hier etwas, die SVP braun anzumalen, anzuschmieren, sie sozusagen in den Ruch der Kontaktschuld zu bringen. Und ich muss einfach sagen als Schweizer, du darfst mit jedem reden. Und du darfst mit einem Linksextremen reden, du darfst mit einem Rechtsextremen reden, man darf auch an Vorträge gehen, von wem auch immer. Das ist unser freies Land. Und das heisst doch nicht, dass ich mich dann rechtfertigen muss. Rechtfertigen muss ich mich vielleicht dann, wenn ich solche Praktiken, Rechtsextreme oder Linksextreme selber anwende. Oder wenn ich das anfange zu predigen, was immer darunter zu verstehen ist, dann soll man mich kritisieren. Aber es ist eine Abart, eine Pervertierung der Demokratie, auch in der Schweiz, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, da wie die Deutschen oder die Amerikaner oder andere, diese Kontaktschuld da aufzubauen. Ah, schau mal, mit dem hat er sich gezeigt. Ah, der war ja in einer kommunistischen Buchhandlung in den 70er Jahren. Können sich einige Linke noch erinnern da, wie das damals zu und her ging, diesen McCarthyismus von rechts, jetzt kommt der McCarthyismus von links, auch in der Schweiz, aber nicht bei uns, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es vom Weltwoche Daily Schweiz für heute. Und jetzt gleich die internationale Ausgabe. Machen Sie es gut.